Ah, Mann, ich sollte da unten nicht... Hallo, ja, so. Ach, das ist doch blöd hier. So, draufhauen und wieder draufhauen. Ich könnte den auch mal aufladen. So viel Zeit habe ich, glaube ich. Ich weiß noch nicht, ob es mehr Schaden macht. Zumindest bringt es, ähm, braucht es mehr Macht. Oh Gott. Also er hat scheinbar auch unendlich davon. Hm. Hä? Super. Ach, Mann, das war scheinbar doch die Zeit, womit man da drauf steht. Oh, sehr schön, das kann man abwehren. So. Könnte ich jetzt mal wieder mein Lichtshirt werfen, bitte? Wäre extrem freundlich. Vor allem nicht von Kischen getroffen werden, die er gar nicht mehr benutzt. Danke. Ja, dann triff halt die Kische da oben, Mann. Der kommt vor, blöd. Ganz ehrlich. Weil ich wusste es, dass du ein Lichtshirt werfst. Also ich habe keine Macht mehr. Wo habe ich Leben herbekommen? Wieso kann ich denn nicht immer mal ein Lichtshirt werfen? Das ist doch völlig idiotisch, ganz ehrlich. Also der Kampf ist wirklich einfach nur dumm. Muss man zugeben. Ziemlich dumm. Ich weiß nicht mehr, wie er funktioniert. Das ist das Problem gerade. Das funktioniert auch, okay. Gut, dann... ...hau ich ihm halt eine ganze Ladung Schock drauf. Ich muss dringend das Sprinten richtig machen. Könnte ich bitte wieder aufstehen? Danke. Oh, Mann. Ich will mal gucken, wie viel es abzieht. Ja. Gut, es zieht nichts ab, weil er gerade... Das zieht jetzt wieder was ab. Ja, aber... Er schießt nicht so der Überschaden, würde ich mal behaupten. So gut, es ist wieder kaputt. Ja. Und so. Also ich hoffe mal, der Kampf wird noch zu dem Kampf, den ich eigentlich in Erinnerung hatte. Aber ich bin mir zu 99% sicher, dass der Kampf im alten Teil war. Ich muss ihn gar nicht arg schocken. Ich muss ihn bloß gerade schocken, damit... Ja. So. Damit er nicht mein Dings... Sein Dings wirft. Ich glaube, ich brauche aber immer ein bisschen Macht. Ach, verdammt. Oh, Mann. Ich brauche Macht. Ich brauche Macht. Ich brauche Macht. Macht vorhanden. Also so können wir das Spielchen natürlich betreiben, bis wir... ... noch alt sind oder die Dinge ins hier zusammenbricht. Ich glaube eher, dass... ... ähm... ... erst das passiert. Ah. Du bist langweilig darauf heute, ganz ehrlich. Hä? Ja gut, doch. Achso, Ende des Scheines Strategie, oder wie? Nö. Ich habe irgendwas ge... Na gut, das geht langsam. Ich zeige dir die wahre Herrschung der dunklen Seite. Echt? Jetzt indem du immer wieder Kisten auf mich wirfst? Wow. Du hast da eine so unglaubliche Macht da vorher. Ich bin jetzt gerade wirklich... Hallo? Hä? Äh... Okay. Ist er eingefroren? Okay. Okay. Äh... Ja. Super. Ich glaube, ich töte mich und... Ähm... Hm. Schleicht. Weil der Versuch ging gar nicht schlecht, aber... Ach, natürlich. Jetzt ist er schon wieder da. Ja. Ach, Mann. Halt die Klappe. Halt. Halt einfach die Klappe. So, ich mache es jetzt von der Seite aus, weil es... ... tut da wesentlich bequem, meine Schatz, auf der anderen Seite. Das war... ... dumm. Äh... ... Darth Vader? Okay. Was auch immer das gerade war. Ja, genau. Das kann man irgendwie gar nicht verhindern. Ich muss aber dringend wieder auf meine Seite, weil... ... von der Seite ist ja blöd. Wie blöd er immer lacht, wenn er getroffen wird. Lacht er oder... ... weint er? Hallo? Ich glaube nicht, dass du das tun wirst. Halb. Ja. Herrgott, nochmal. Gibt's doch nicht... Achso. Ja gut, dann... ... von mir aus... ... ist ja... ... gewinnst du ja eh nicht. So einfach hätte ich jetzt den Kampf auch nicht erwartet. Ja, es macht ihm Schaden, wie gesagt, aber... ... so minimal. Ja, Mann. ... wirft er sein Lichtschwert nur, wenn ich keine Macht mehr habe? Hm, das war voraus zu schauen. Oh. Hm. Oh, Mann. Ja. 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 Er macht auch so reichlich wenig, muss man schon zugeben. Ja, schon wieder. Ja. Ich zeige dir die wahre Beherrschung der dunklen Seite. Ah. Okay. Hä? Okay. Muss ich das verstehen? Ich hoffe nicht. Ach, er ist jetzt da hinten und ich bin jetzt hier, aber... ... ich komme hier. Ähm, ja. Muss das einen speziellen Sinn haben? Ah, jetzt können wir endlich kämpfen. Ah, jetzt verhindert er, dass ich mit Fernangriffen angreife. Aua, ja, Aua, Aua. So, hier auf die Fresse. Und ich hoffe mal... Was? Also, da fällt er, das ist gerade höchst seltsam. Und ich verstehe nicht wirklich... ... müsste jetzt eigentlich auch Schaden durch den... ... durch die Suppe bekommen. Ich glaube aber nicht. Also durch das Dingenszeug hier oben. Ach ja. Oh, komm schon. So. 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 Nee. Ich kann jetzt nicht mehr verlieren, komm. Ähm, das können wir eigentlich noch machen. Na gut, bringt auch nichts bei ihm. Mua. Ja. Ist ja gut. Ja gut. Ja Gott, noch mal. Klappe halten. Auf den billigen Plätzen. Darf ich ihn jetzt bitte? Ich würde ihn ungern jetzt noch gewinnen sehen. Ja gut, aber... Ich denke... ... jetzt sollt er genug haben. Nein. Mach sowas nur wieder. Oh mein Gott. Ja. Ja. Oh. Ah, was für ein geiler Angriff. Ach, wie geil. Ähm. Oh. Es geht noch weiter, okay. Äh. Ah, vernichte ihn. Er war schwach. Gebrochen. Vernichte ihn jetzt. Und komme an meine Seite. Nein! Hilft ihm! Nein! 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 Vielen Dank.